auf dem fünfer lief es letztes mal gut ich erwähne es immer wieder hat noch nie was gebracht auf dem fünfer lief es letztes mal gut wo wir hier die bonus bifights gemacht haben lief es doch ganz gut auf dem fünfer aber wir haben fünf spins wir gucken mal rein das spiel ist so dumm ich sammle das in jede hand rein und von zehn bonus openings neun mal null und einmal 1000 x immer oder mehr als 1000 x es ist so los das game schauen wir mal wie das jetzt läuft hier jetzt mal dabei sein jetzt immer frei sein naja wie immer hinten jeweils das liebe ich bin sind hinten ist immer super hinten sind immer super naja rot naja ne ist super ist super wäre mir richtig guter bonus bisher bin ich ehrlich zu euch ah rot hier durch multis sind müll diese kleinen multis immer bei dem spiel müssen wir mal einen guten a guck mal hier dritter vorne hier geht durch die gretel aber nur zwei multi da zweimal zwei jetzt okay super wird immer besser von sechster zu vierer multi zurück okay gut ich habe gesagt verbessern wäre schön der ist brutal der ist brutal der ist brutal yes baby yes da haben wir einen guten multi drauf und dann haben wir den maximen da haben wir einen guten multi drauf stell dir vor so eine walze wo hier so viermal die gretel drauf ist mit einem 100er multi dann rasselt es aber richtig du der war brutal geiles ding normal ist das so ist das so normal josh servus erster spin retrigger erster spin retrigger okay gut gut können wir mitnehmen erstmal ja nur 8 also trifft nur 8 gut das weiß wieder kein menschen welchen auf welcher welcher webseite du jetzt meinst mein lieber das ist natürlich schwierig aber ja ja siehst du siehst ja das maxime zocker sie noch mal nimmst du und wenn du da halt anfängst irgendwie mit mit bank auszuzahlen da dauert sie da bestimmt bank und bank dauert überall ein bisschen länger und mit kryptos sind ich auch schnell damit auch schon mit krupp da spielt auch privat sagt krypto sind doch zügig oder mit was hast du aus mit was man auszahlen methode hoher port digi das ist auch noch harmlos sagte duisburg was duisburg kenne ich die karte hand und sie basteln auch zufrieden sie ist das auch zufrieden ja gut also okay jetzt mal ganz kurz ist noch mal ganz kurz die erklärung oder kurz mit euch im opening zu reden ist immer schwierig freunde warum der fünfer aber miri hat es geschafft mir hat es geschafft mir ist ein plus mir ist ein plus mir hat auch profit hand gemacht ja bitte lila bitte lila bitte lila und x bombe lila und x bombe kommt sogar sterne oh jetzt können jetzt können ruhe kurz ja ja Alter Schwede, was ist denn das für ein Opening heute? Das ist ein Trenn auf den Wuffi. Auf geht's. Chicken Bonus. Immer ein gutes Symbol. Das ist okay. Das ist glaube ich okay. Kurz Unterbrechung des Videos. Ich hoffe euch hat das Video bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ich mal für einen Slot spielen soll. Und wenn ihr kein Video oder Streamer verpassen wollt, dann auch gerne ein Abo. Wird mein Team und mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und weiter geht's jetzt mit dem Video. Auf den Wuffi, Freunde. Oh, nur ein Ass. Läuft aber richtig beschissen. Keine Multi ist auch bisher, Freunde. Na gut, da ist einer. Okay, noch einer. Okay. Okay, das bin doch nicht schlecht. Noch ein Multi. Wichtig. Noch mehr Asse. Gut. Hinten wäre geil, noch ein Ass. Hinten wäre geil, noch ein Ass. Noch zwei Multis bräuchte ich mal. Noch mehr Spins. Alles noch mehr, bitte. Mal, oh komm, komm, bitte mach die Multis für die nächsten Zeit. Hinten noch Ass. Digger, hinten Ass wird knallen, bitte. Ass hinten, komm. Oh, die Multis auch nicht, schade. Der wird gar nichts. Der wird gar nichts, leider. Schade. Ach, schade. 100x. Okay, 5k. 100x. Wird gar nichts, sag ich. Okay. Ich sag, wird gar nichts. 100x schon mal. 5000 Euro. Ich bin auf dem 50er. Alle Dude. Alle Dude. Boah, stell's dir mal kurz mit den Multis bitte vor. Geht nochmal rein. Back to back. Auf dem Fuffi. Back to back, Boss, auf dem 50er. Back to back, auf dem 50er. Alle Dude. Alle Dude ist offen. Ist alles. Offen, komplett. Oh, sei mal cool. Egal, auf dem 50er. Noch Kugel zahlen, bestimmt. Vollbild. Wie brauchen die? Die Multis wären dann gerade... Oh, die Multis wären gerade so geil gewesen. Oh, die Multis hätten locker 40.000 Euro bezahlt. Locker. Ich bin mal 40k gewonnen mit den Multis gerade. Locker, easy. Oh, Kugel ist wieder viel, aber Multis fehlen halt noch komplett, ne? Zehner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, bitte da. Die Multis sind aber richtig saftig, lecker. Ich bin einfach nur dieser Scheiß... Alter, wenn wir jetzt die Multis aktivieren und das Kuh noch durchgeht, dann ist es vorbei, ne? Oh, noch zweimal Multis, bitte. Komm. Noch ein Multis, dann haben wir's. Ein Multis... Ein Multis wäre schön. Komm. Oh, nein. Ja! Der muss gut sein! Ja! Ja! Ha, 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 ha! Ja! 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 Bam! Bam! Und ich sage euch, die 10 war unten scheiße platziert. Wenn die oben gewesen wäre, hätte es noch mehr geschöppert. Mal eben kurz innerhalb von... Naja, lass es 10 Minuten gewesen sein. Mal kurz auf 30.000 hoch. Mal ganz kurz auf 30.000. Wir waren mit 3.500, 4.000 drinne. Mal ganz kurz 30.000 draus gemacht. Guten Morgen! Direkt rein. Wir werden direkt reinkommen. Machen wir mal Vollgas direkt reinkommen. Bei Retro-Suite-Andreas hast du 10 Maximums gehabt. Das freut mich. Ich hab null nach wie vor. Aber auch erst ungefähr so 60.000 reingebottet oder so. Ey, wenn es... Wäre es möglich, das Wort auch einzuzahlen, den Bonus kassieren, Endegeld wieder auszuzahlen, dann versuchen, das Bonus halt umsetzen. Denkst du, Fabian, ob das geht? Was wäre jetzt deine Vermutung, ob das geht oder nicht eher? Wirst du denken? Und jetzt selber so... Hat er uns gerade unser Wild weggenommen? Ah, die Wilds sind da. Ist der... In der Typ daneben kommt es aber rum. Heu! Heu! Was ist denn jetzt los? Nein, der Kampus ist der andere Mäuse auch noch weg. Scheiße! Nein, den Sechster, den Fünfer oben weg, den Sechster... Also Sieben haben wir jetzt noch hier. 500 Tacken, reicht alleine schon die Gretel unten. Ich hab's nur gecheckt. Ich hab's nur gecheckt. Ich hab's nur gecheckt. Ich hab's auch zum ersten Mal gesehen. 500 Mal irgendwie 50 wäre natürlich auch interessant gewesen. Oh, 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 oh Erster Bei. Auf geht's. Und da haben wir doch die 20.000 am Start wieder. Guten Morgen. Easy peasy Lemon. Squeezy. Schönes Ding. Ein Bei brauche ich nur. Ein einzigen. Ein einzigen Bei brauchen wir nur. Und zack. Ist das Ding hier wieder am Lot die ganze Kiste.